Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vorsicht, Mann, das ist meine Schwester. Oder willst du sagen, dass sie eine Nutte ist? Barich hatte eine Tochter. Julia, kennst du die? Muss ich die kennen? Ja, die wurde nämlich entführt. Hat anscheinend keinen bleibenden Eindruck auf mich gemacht. Ah, nee? Nee. Du kennst die wirklich nicht? Hm, gepflegt. Barich hat ein großes Rad gedreht. Da ist bestimmt noch eine Menge Geld versteckt. Könnte man rauspressen, aus dem. Wäre das was für dich? Deine Kragenweite, ja? Ah, ah. Kennen ein paar Leute, die könnte das interessieren, ja? Bist du mal 50 Euro? Was? Oder bist du knapp bei Kasse? Gibt Kollegen von dir, die sind nicht so bescheiden wie du. Ich würde auch 100 nehmen. Und das nächste Mal tut's du mir nicht mehr. Ja. ZFitrx-D Das ist nicht so bescheiden.